Ein Traktor gehört dem Landwirt, der ihn gekauft hat und der kann damit machen, was er möchte. Logisch, oder? Nun ja, das schien früher klar geregelt zu sein, doch Unternehmen wie John Deere haben da schon seit einigen Jahren etwas andere Vorstellungen. Wir reden hier von einem großen Hersteller für Landmaschinen wie zum Beispiel Traktoren. 2022 betrug der Umsatz 52,6 Milliarden US-Dollar mit 82.200 Mitarbeitern. Das bei 200 Jahre alte Unternehmen hat herausgefunden, wie man Digitalisierung zu den eigenen Zwecken missbrauchen kann. Schon vor Jahrzehnten wechselten Autos zunehmend von der mechanischen zur elektronischen Steuerung. Der Anteil an Software zur Steuerung von diesen ganzen Systemen nimmt seit Jahren konstant zu und da sind auch landwirtschaftliche Maschinen keine Ausnahme. Bei modernen Traktoren zum Beispiel kommt ein Mechaniker mit Schraubenschlüssel und Schraubenzieher nicht mehr allzu weit. Stattdessen braucht er einen Laptop mit Diagnosesoftware und einem Stecker, um den Phelospeicher auszulesen. Moderne Traktoren können halt präzise automatisieren, was der Bauer früher von Hand gemacht hat. Doch dass dieser Komfort auch einen teuren Preis hat, das haben viele Bauern in den vergangenen Jahren am eigenen Leibe erfahren müssen. 2015 versuchte kein Geringerer als der Mitbegründer von ifixit.com, den Traktor eines befreundeten Landwirts zu reparieren. Es war nur ein Sensor kaputt, der aber dafür sorgte, dass sich der Traktor regelmäßig abschaltete. Für einen gelernten Softwareentwickler und Mechaniker, der seit Jahren Geräte auseinanderbaut und repariert, sollte das ja kein Problem sein, oder? Nun, er versuchte es eine Stunde, bis er ohne Ergebnisse aufgeben musste. Wie kann das sein? Noch dazu bei einem vergleichsweise simplen Problem, das bekannt ist. Die simple Antwort? Weil der Hersteller John Dearest nicht möchte. Der Hersteller hat jedes Bauteil mit einer ID versehen, womit es beim Gerät, also hier beim Traktor, angemeldet werden muss. Ein Mechaniker kann also defekte Teile theoretisch austauschen, aber der Traktor wird damit nicht funktionieren. Dafür braucht man spezielle Stecker, die proprietär sind, Software vom Hersteller und muss damit systemseitig diese neuen Bauteile anmelden. All das hält der Hersteller genauso unter Verschluss wie Reparaturanleitungen und Handbücher. Der einzige Weg ist beim Hersteller selbst, einen Servicetechniker anzufragen. Das Problem sind die hohen Kosten. Allein die Anfahrt hat damals schon hunderte von Dollar gekostet, zuzüglich jede Stunde, die er dort am System arbeitet. Gerade für kleinere Bauern ist das viel Geld, vor allem nachdem die ja schon seit Jahrzehnten gewohnt sind, ihre Geräte selbst bei Defekten zu reparieren. Außerdem müssen sie oft einige Tage auf den Kundendienst des Herstellers warten. In dieser Zeit können sie nur eingeschränkt oder gar kein Geld mit ihrem Betrieb verdienen. Und je nach Zeitpunkt drohen sogar Ernteausfälle. Durch die Einschränkungen kann der Kunde aber auch nicht in eine freie Werkstatt gehen, wo das Ganze möglicherweise zumindest etwas günstiger als vom Hersteller repariert werden könnte. Das ist eine Form von DRM, der digitalen Rechteverwaltung, die wir auch bei Filmen, Musik und anderen Inhalten im Netz haben. Wo die Hersteller versuchen, die Nutzer einzuschränken, da ist meist ein Schwarzmarkt nicht weit, der das Ganze wieder versucht aufzuheben. Einige versierte Menschen aus der IT haben per Reverse Engineering versucht, diese Firmware-Einschränkungen zu umgehen. Da gab es jahrelang aus der Ukraine eine bekannte Firmware und auch aus anderen Quellen, sodass man eben wieder Herr über sein eigenes Gerät ist. Auch für die Stecker- und Diagnose-Software, die man dafür braucht, gibt es auf dem Schwarzmarkt verschiedene Angebote. All das ist aber illegal, weil man dafür Schutzmaßnahmen vom Hersteller umgehen muss und proprietäre Software ohne Lizenzen verwendet. Das wird als Urbereichsverletzung gewertet. Als Krönung des Ganzen ist der Zugang zum Gerät selber teilweise noch mit einem weiteren Passwort geschützt, welches ebenfalls geheim gehalten wird. Der Hersteller argumentiert mit der Sicherheit, die man nur auf diesem Wege gewähren könne. Außerdem könnten Dritte ihre geistige Innovation aus der Software klauen. Einmal hat es das Unternehmen auf die Spitze getrieben und behauptet, die Modifikation des Computersystems könnte dazu führen, dass illegal kopierte Musik über das Unterhaltungssystem des Traktors abgespielt wird. Warum sowas ein Bauer tun sollte, wurde nie erklärt. Oh Gott, wir sind so dumm. Grundsätzlich baut das Ganze immer darauf auf, wie der Hersteller interpretiert, wem was gehört. Aus Sicht von John Deere und übrigens auch General Motors ist der Käufer eines Gerätes, zum Beispiel eines Traktors, lediglich Eigentümer des physischen Gerätes. Durch den Kauf erwirbt er aber kein Eigentum an der Software darauf, sondern bekommt nur eine Nutzungslizenz für die Lebensdauer des Gerätes. Und die Lizenz ist stark eingeschränkt, sodass man eben zum Beispiel dort nichts modifizieren darf oder teilweise nicht mal reinschauen darf, um zum Beispiel Fehlercodes auszulesen und ähnliches. Das Problem ist aber, dass man bei solchen proprietären, geschlossenen Systemen ja keine direkte Trennung mehr vornehmen kann. Ein solcher moderner Traktor zum Beispiel ist ohne Software nutzlos. Wir reden hier nicht vom Unterhaltungssystem, sondern von grundlegenden Funktionen, weswegen man diese Maschine kauft, wie zum Beispiel Pflügen, Ernten und so weiter. Und viele weitere Geräte auch. Jedes Smartphone zum Beispiel taugt ohne Betriebssystem nur als Briefbeschwerer. Seit ungefähr 2015 steht John Deere damit stark in der Kritik und es hat sich auch herumgesprochen, dass moderne Traktoren dank DRM vollständig vom Hersteller abhängig sind. Bereits damals sank daher die Nachfrage nach solchen modernen Maschinen, während die älteren Landgeräte ohne DRM in höheren Stückzahlen verkauft wurden. Das mag mittelfristig eine Lösung sein, dauerhaft aber nicht. Die älteren Modelle werden weniger, ebenso wie die verfügbaren Ersatzteile für diese Maschinen. Und einige Landwirte, die möchten ja durchaus von moderner Technik profitieren, die ihnen zum Beispiel Arbeit abnimmt oder aber Daten über ihre Pflanzen, über die Felder sammelt, mit denen sie ihre Erträge optimieren können. Das scheint mit Unternehmen wie John Deere jedoch nicht möglich zu sein, daher gibt es Gegenbewegungen wie zum Beispiel Farmhack. Dort vereinen sich Betriebe, um eine quelloffene Bibliothek von Werkzeugen und Wissen aufzubauen. Das soll die Grundlage schaffen, um wieder möglichst eigenständig zu werden, wie es bis vor wenigen Jahren bis hin zurück zum Flug der Fall war. Doch das ist in verschiedenerer Hinsicht begrenzt und greift vor allem nicht auf bestehende Geräte. Gerade landwirtschaftliche Maschinen haben ja eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, daher bleibt weiterhin die Frage, wem der Traktor wirklich gehört, wenn dieser ohne Software unbrauchbar ist. Nachdem Unternehmen wie John Deere die Darmschrauben immer enger gedreht haben, ist eine Gegenbewegung entstanden, die solche Gängelungen nicht länger akzeptieren möchte. Durch seine Firmenpolitik ist der Traktorhersteller ein oft genanntes Negativbeispiel in diesem Zusammenhang geworden, das teils sogar Apple verdrängt. Jedoch ist das Problem dahinter keineswegs auf dieses eine Unternehmen beschränkt. Amazon, Apple, Samsung und auch Microsoft sind nur einige der bekannteren Unternehmen, die es den Kunden ebenfalls deutlich erschweren, ihre Geräte selbst oder von unabhängigen Werkstätten reparieren zu lassen. Auch dort wird oft mit der Sicherheit argumentiert, die angeblich nur dann gewährleistet werden könne, wenn ihm das Unternehmen alles selbst unter der eigenen Kontrolle hat. Um daher dieses große Problem breitflächig und nachhaltig lösen zu können, ist die Forderung nach einem Recht auf Reparatur entstanden. Hier geht es also nicht um einzelne Unternehmen, sondern um einen grundsätzlichen Rechtsanspruch für Kunden, ihre Produkte frei reparieren zu dürfen und auch das in der Praxis zu können. In einzelnen Bundesländern der USA und auch einzelnen Ländern außerhalb gibt es schon erste Gesetze, die etwas in diese Richtung umsetzen. Teilweise haben es die Lobbys geschafft, Schlupflöcher einzubauen, wie zum Beispiel in New York, aber in anderen Ländern gelang das nicht. Das Ganze ist also noch nicht perfekt. Aber auf jeden Fall auf einem guten Weg in die richtige Richtung. Doch nach fast zehn Jahren kam dann Anfang 2023 die Kehrtwende. John Deere willigte ein, Landwirten die Reparatur ihrer eigenen Traktoren zu erlauben. Die Vereinbarung enthält Zugang zu Diagnosecodes, Handbüchern, also Bedienungsanleitungen, Ersatzteile und Servicehandbüchern, sowohl auch Produktunterlagen. Diagnosewerkzeuge sollen direkt vom Hersteller bezogen werden können. Diese hat auch Unterstützung bei der Bestellung von Ersatzteilen zugesagt. Ist das Problem also damit gelöst? Die Erklärung hat einen Haken. Im Gegenzug für die Verpflichtung sollte Interessenverband der Landwirte in den USA die Einführung, Förderung oder Unterstützung von jeglichen Gesetzen zum Recht auf Reparatur unterlassen. Falls ein solches Gesetz dennoch verabschiedet werden sollte, können beide Parteien aus der Vereinbarung aussteigen. Und auch das ist nicht alles, denn solch einen Versuch, den gab es schon vor Jahren. 2018 versprach eine Handelsgruppe, die neben John Deo noch weitere Hersteller von Landmaschinen vertritt, alle Unternehmen der Gruppe werden bis zum 01.01.2021 Reparaturwerkzeuge, Software und Diagnosemittel für die breite Masse anbieten. Damals wurde es als Meilenstein gefeiert und man lobte den Hersteller für sein Zuvorkommen in dieser Angelegenheit. Leider nur zeigt eine Bilanz von Februar 2021, also anderthalb Monate nach Ablauf der Frist, dass absolut nichts von dieser Vereinbarung umgesetzt wurde. Ein Anwalt gab sich als Kunde aus und fragte bei verschiedenen John Deere Händlern an. 11 von 12 Händlern wimmelten den Kunde direkt damit ab, dass sie keine Diagnosesoftware verkaufen würden. Der Zwölfte nannte eine E-Mail-Adresse, unter der aber auch Tage später niemand antwortete. Medien machten das gleiche Experiment und auch sie erhielten nirgendwo Zugang zu den notwendigen Software und anderen Werkzeugen, um eine Reparatur durchführen zu können. Weitere Jahre sind vergangen, in denen die Kunden ja weiterhin keine andere Wahl hatten, als den offiziellen, teuren und langsamen Support vom Hersteller zu nutzen. Offensichtlich war das also nur eine erfolgreiche PR-Aktion, um Zeit zu gewinnen. Nein, doch! Hier sei an der Stelle auch noch erwähnt, dass die Traktoren mit GPS-Sensoren ausgestattet sind, d.h. der Hersteller weiß immer, wo diese sich befinden. In den strikten Nutzungsbedingungen wurden nicht nur Reparaturen weitgehend verboten. Ebenfalls brisant war eine Klausel, die es dem Hersteller erlaubt, Traktoren aus der Ferne jederzeit unbrauchbar zu machen, sollte jemand gegen die Lizenzbedingungen verstoßen. Dass John Deere davon Gebrauch macht, das wurde im Ukraine-Russland-Krieg deutlich. Dort plünderten russische Truppen mehrere Landmaschinen von einem Händler aus der Ukraine. Diese wurden von John Deere aus der Ferne unbrauchbar gemacht, sodass sich die Traktoren nicht mal mehr starten ließen. Hier sieht man, dass es durchaus legitime Szenarien gibt, in denen solche Einschränkungen durch z.B. DRM durchaus nützlich sein können. Aber der Hersteller hat hier eben eine große Macht, die er auch gegen seine Kunden einsetzen kann. Z.B. Geräte, die per Jailbreak unberechtigt repariert wurden, die ein Update nicht installiert haben oder die letzte Rechnung nicht bezahlt haben. In all diesen Fällen kann der Hersteller eben auch seine Macht missbrauchen. Er hat hier viel mehr Macht über das Gerät als der Kunde, der dafür viel Geld ausgegeben hat. Das alleinige Monopol auf Reparaturen und Anpassungen zu haben, scheint derart lukrativ zu sein, dass der Hersteller es mit allen Mitteln behalten möchte. Selbst angeblich freiwillige Vereinbarungen hält er kein Millimeter ein. John Deere ist nicht das einzige, aber wohl eines der extremsten Beispiele dafür, warum wir uns für die Rechte von Verbrauchern keinesfalls auf Unternehmen verlassen können. Dafür braucht es klare und harte Gesetze, die solche Einschränkungen mittels DRM verbieten und auch wirkungsvoll sanktionieren. Ansonsten gewinnen solche rücksichtslosen Unternehmen, während Kunden und Umwelt verlieren. Nun bin ich auf deine Meinung gespannt. War es dir bekannt, dass physische Geräte derart stark eingeschränkt werden? Wie ist deine Meinung dazu? Schreib es gerne auf ULips.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.